Hallo, ich heiße Sarah. Heute präsentiere ich meinen Lieblings-Sommer-Aufdienst. Ich liebe diesen kleinen Wein, weil er elegant ist. Ich liebe diese Kleider, weil sie süß ist. Weiter. Ich liebe diese Kleider, weil sie schön und super ist. Ich liebe diese Kleider, weil sie süß ist. Schön und elegant sind. Und wow, sehr rosa. Ich liebe diesen Auftritt, weil es kümmerlich ist. Und lau. Ich mag lau. Tschüss. Sofi? Michael-P squares? Seher演ierin. Bohe. Fieerin staff. Mio, Duroden. Huys. Und ihr habt fass zu können. Da画ier, ihr wisst nicht mehr mitствиеb lamaけどen. Vielen Dank.